Ganz genau. Und zwar gibt es ein neues Team hier, das nennt sich NILAK Rennsport und ist das Team von Lukas Lohr. Lukas, wie kam es dazu und wie schön, dass ihr jetzt mit dabei seid? Ja, wir haben, der Ricky und ich, wir haben uns überlegt, wir wollen mal was eigenes machen. Das hat sich jetzt ergeben. Wir waren natürlich sehr gut. Genau in der Corona-Zeit haben wir uns entschlossen, ein eigenes Team zu machen. Oder schon vorher, und dann kam Corona. Ist halt ein bisschen dumm gelaufen. Wir machen jetzt das Beste draus. Also wir sind jetzt überhaupt das allererste Mal am Start hier in der GTC, auch mit unserem Team. Und ja, läuft ganz gut bisher. Noah fährt die Klasse an. Und ja, wir freuen uns einfach hier zu sein und hoffen, da kommt in Zukunft viel, viel mehr. Ja, super. Wir freuen uns auch mega, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, Lukas, und zurück zu euch.